Hi Freunde, ich wollte mich entschuldigen, weil es nicht so lange ein richtiges Video gekommen ist. Es ist halt, ich hatte keine Lust dazu und hatte auch keine Zeit. Ich werde gleich Fischfilet essen und auf jeden Fall gibt es nächste Woche am Dienstag, den 3.10. ein Video, weil ich habe da gepostet am Ende der 16, das noch, ja und danach gibt es halt noch auch ein paar Videos, ja. Sonst würde ich sagen bis nächste Woche oder noch in die paar Tage und ja, ich wünsche euch noch eine gute Woche, Habt Spaß in der Schule, wenn ihr noch in die Schule geht, ich weiß es ja nicht, wie alt ihr seid. Jo, und lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Tag, Peace.